Um Punkt 9 Uhr treffen wir die Styling-Expertin Heidi Grösswang, direkt vor unserer ersten Station, dem Hinterhof 4, in der Wiesenstraße 23. Seit Jahren schon stylt sie nationale und internationale Stars und Promis und heute kümmert sie sich um unsere erste Kandidatin für das große WT1-Umstyling. Die 20-Jährige hat sich bislang eher wenig mit Mode beschäftigt. Das wollen wir mit den neuesten Frühjahrstrends direkt aus Italien ändern. Aktuelle Farben in diesem Jahr, Nude Camouflage Altrosa kombiniert mit Erdtönen. Und ganz aktuell der sogenannte Street Look, ein Trend, der auch unsere Kandidatin selbst begeistert. Mit dem passenden Outfit im Gepäck geht es weiter zum nächsten. Paradies für Damen zu Gangart. Dort suchen wir noch nach dem passenden Schuhwerk zum Street-Style-Trends 2014. Das Gute daran, man kann diesen mit eleganten Schuhen tragen oder mit angesagten Boots kombinieren. Schuhe eingepackt und weiter geht es für unsere Kandidatin zu Optik Schwabbecker. Brillen sind heute schon längst zu einem modischen Accessoire geworden und unterstreichen noch einmal den eigenen Typen. Mit allen modischen Frühjahrstrends geht es nun zum entspannten Teil des großen Umstylings über, nämlich zum Friseur. Bei Haarkult in der Dragona-Kaserne wartet auch schon der Chef höchstpersönlich auf uns und berät sich mit Heidi Größwang, wie man in nur zwei Stunden mehr aus dem Typ herausholen kann. Fazit, Haare ab und eine neue Farbe muss her. Hauptsache Rot von Kupfer bis Violett lauten die Farbtrends bei Haaren im Jahr 2014. Eigentlich wäre unsere Kandidatin da schon dabei, doch nicht verändern, sondern optimieren, so lautet die Prämisse unseres Haarexperten. Und so wird unsere Kandidatin passend zu ihrem Typen etwas dunkler und zusätzlich wird eine Blocksträhne in Pink-Violett für einen Farbkontrast gesetzt. Die Einwirkzeit nutzt unsere Styling-Expertin auch gleich für einen weiteren wichtigen Teil, nämlich dem richtigen Make-up. Von einem eher eintönigen Typen kommt nach sechs Stunden Umstyling eine völlig neue Dame zum Vorschein. Mit dem aktuellen Street-Style 2014 kombiniert mit angesagten Boots und modischen Brillen liegt sie jetzt voll im Trend. Durch mehr Farbe, einem peppigen Schnitt und dem passenden Make-up dazu wurde aus dem Typen noch einmal mehr herausgeholt. Und das Ergebnis kann sich sehen lassen. Ein ganzer Tag im Leben einer 20-Jährigen, den sie so schnell mit Sicherheit nicht vergessen wird.